Ich kenne Oli seit sehr langer Zeit, ich weiß nicht, wie viele Jahre, ist aber egal. Er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er hat sich 0,0 verändert, trotz seiner großen Erfolge. Er ist ein super Torwart, aber noch wichtiger ist, dass er so ein toller Mensch ist. Es ist immer wahnsinnig schön, ihn zu sehen, wenn wir auch gegeneinander spielen. Wir reden nicht viel, das reicht, wenn wir uns anschauen und nehmen uns in den Arm. Das ist so warm und so gut. Wir müssen uns ja konzentrieren, ich kann ihn ja nicht vollschwätzen, wenn er das Tor verteidigen muss. Wir schreiben auch nicht jeden Tag SMS, brauchen wir auch nicht, ich komme eh aus der anderen Generation. Aber ich kenne seine Familie, seine Frau. Es ist ein besonders gutes Gefühl, mit solchen Menschen immer wieder begegnen zu dürfen. Das ist ein Geschenk.